so leute jetzt im test hier die dream stalker raketen von pyroland zehn stück sind drin sehen richtig geil aus und wir nehmen uns jetzt einfach hier mal fünf stück sehen ja alle gleich aus ich glaube nicht dass hier was drauf steht kann sein keine ahnung wir zünden die auf jeden fall nacheinander weg so let's go die erste oh ja sehr sehr nice geiler aufstieg fetter zerleger so muss eine rakete sein also wirklich bomben zerleger effekte sind so oder so nice also wirklich richtig starke raketen kauf empfehlung geht raus und die letzte so Bis zum nächsten Mal.